Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Steffi von Stempelwiese und wir basteln heute eine Schokoladenaufziehverpackung. Und zwar möchte ich gerne diese Schokolade hier von Lint verpacken. Wir brauchen dafür einmal Schiefergrau und einmal Flüsterweiß, weil ich möchte das in dem Design, also ich möchte halt passend zu dieser Karte halt die Verpackung basteln und deswegen brauchen wir jetzt die Farben. Ich habe hier dann auch die Stempelkissen in Blütenrosa, Safrangelb und Aquamarine. Und wir machen jetzt erstmal die Grundverpackung. Und zwar mache ich das so mit meinem Papierschneider. Ich brauche jetzt erstmal die Höhe der Verpackung. Dann nehme ich mir ein Lineal und messe das aus. Und die sitzt, also ich würde jetzt 19,5 nehmen, dann ist die oben und unten so ein Millimeter, also dann ist die Verpackung ein Millimeter drüber, dass da nicht die Farbe von der Verpackung durchscheint. Also 19,5. So, oder ich mache es dir in 19,5. So, und dann, hatte ich mir das schon ausgerechnet, brauche ich dann zum Umwickeln, also mir umwickeln das sozusagen, wenn man jetzt hier einmal ringsrum macht. Das heißt, ich brauche jetzt einmal die Länge, einmal die, einmal die und einmal die. Dann bin ich einmal ringsrum plus eine Zentimeter Lasche zum Zukleben, also ganz einfach. Also die Breite ist hier circa, ja, 6 Zentimeter und die Höhe 1,3, würde ich jetzt sagen. Das heißt, insgesamt wird es bei mir 16 Zentimeter. Können wir schon mal zuschneiden. So, die erste Falz bei 6 Zentimeter, die zweite mache ich dann bei 7,4. Also ich gebe jetzt einen Millimeter zu, dass es nicht zu straff ist. Und dann haben wir bei 13,5. Und bei 14,9. Und dann ist die Rest, der restliche Zentimeter ist dann eben die Klebelasche. Also ich habe hier mit 6 angefangen, hier sind es dann 6,1. Und die Ränder sind jeweils, also wie gesagt, Millimeter dazugegeben, weil, damit es nicht zu eng wird. Achso, und dann können wir gleich noch das andere Papier zuschneiden. Und zwar möchte ich hier vorne die Verzierung machen. Das heißt, man misst sich das dann auch einfach aus. Da ja die Höhe 19,5 ist, mache ich jetzt 19 Zentimeter. Und hier mache ich jetzt 5,5, sodass es ringsherum, also überall ein halber Zentimeter kleiner ist. So, 5,5 und 19. Und das möchte ich matten, das heißt, da kommt dann noch ein Papier drauf. Das mache ich ein bisschen kleiner, das heißt, 5,5 mache ich dann ungefähr 5,2,5, 5,3. Ich blende die Maße ein, wie ich es mache. Ihr könnt es auch einen halben Zentimeter machen. Macht es euch einfacher, macht es halt 5 Zentimeter mal 18,5. Jetzt wird es so total durcheinander. Und die Länge mache ich 18,8, 18,7. Also bei mir ist es halt wirklich ein minimaler Rand, wenn ich das aufklebe. Also ob man das gut erkennen kann. Hier sieht man das schon gut. Also das wird ein kleiner Rand, der dann durchspitzelt. Dann machen wir das mal fertig. Und zwar brauchen wir eine Stanze mit einem Loch. Also ihr könnt auch eine kleine Kreisstanze nehmen. Wir haben ja auch diese Eckenstanze hier und da ist eine mit so einem Loch drin. Das ist meine Schere. Und zwar schneide ich erstmal an der Klebelasche, so schräg, dass das dann, wenn wir das zukleben, nicht übersteht. Und da mache ich jetzt beidseitiges Klebeband drauf. Und jetzt auf der Seite mache ich jetzt das Loch genau in die Mitte. Also ich schaue so von oben, so Pi mal Daumen, das muss jetzt nicht ausgemessen werden. So. Und mache mir da das Loch rein. Und das mache ich mit der anderen Seite auch, die anderen 16. So. Dann habe ich die Löcher drin. So und dann können wir das schon mal fertig falzen. Wenn man das jetzt hier zu hält, da kann man schon mal testen, bevor man letztlich zuklebt. Und wie man sieht, passt, passt, wackelt, hat Luft. Aber wir verzieren halt erst das Ganze noch. Und bevor wir die Verzierung machen, brauchen wir ja Band. Und zwar habe ich hier, das nicht mehr ganz reicht. Ich habe hier dieses Knitterband aus dem Mini-Katalog. Und zwar das Saumband in Knitteroptik. In weiß. Denn das Schöne ist, ich nehme jetzt hier ein Schmierblatt. Und schneide mir erst mal das Stück ab, was ich brauche. Ich lege mir das jetzt hier so an. Einmal drumherum wickeln. So. Und dass es oben wieder rauskommt. Und mache oben noch so, ja, ein bisschen Luft. Schneide ich mir ab. So. Dass da so viel übersteht. Also müsst ihr Pi mal Daumen. Ihr müsst ja schauen, diese Anleitung, die ich hier mache, die könnt ihr wirklich individuell für jede Schokoladenverpackung machen, so wie ihr es gerade braucht. Das ist eben das Schöne dran. So. Und wir färben das jetzt ein. Und damit es nämlich trocknen kann, werden wir die Verzierung machen. Einfach, wenn ihr habt, einen Alkoholmarker. Ich habe jetzt hier Aquamarine, passend zu dem Stempelkissen. Und das tun wir jetzt einfach nur anmalen. Es riecht ein bisschen streng. Das ist der Alkohol. Dieser Geruch verfliegt dann aber wieder. So. Und so könnt ihr dieses weiße Band in jeder Farbe einfärben, wie ihr das gerade braucht. Das ist mega. Also ich habe mir schon ein paar mehr Rollen auf Halte gekauft. Je nachdem, wie ich es brauche, färbe ich es mir dann einfach ein. Und dann ist das, ja, hier ist das Originale. Das hat halt jetzt so einen dezenten Blauschimmer, passend eben dann, wie ich es brauche. So, und dann lassen wir das hier liegen. Dann kann das ein bisschen trocknen. Und dann machen wir jetzt die Verzierung. Oder kleben wir die erst zu. Dann können wir erst zukleben. Das Einfachste finde ich bei so Verpackungen, damit man jetzt nicht verrutscht. Also, normalerweise würde man jetzt hierher gehen und gucken, dass man hier, wenn man das jetzt in der Luft macht, dass man Plan ist. Ich knicke mir das jetzt hier einmal rum und lege das einfach von hier drüben drauf. Und dann ist das 1A Plan. So, mein kleiner Tipp für zwischendurch. Genau, und jetzt machen wir die Verzierung. Und zwar habe ich mir vorgestellt, passend zur Karte, immer wieder dieses Buffalo-Check-Stempel-Set oder Hintergrund-Stempel. Die Sache ist jetzt die. Der Streifen ist natürlich länger wie der Stempel. Das macht aber nichts. Ich werde den Streifen unterteilen und da, wo die Abschlusskante ist, dann einen Text draufsetzen, dass man das nicht mehr sieht. Und das dann so ausschaut, als wäre das durchgestempelt. Ich lege mir den jetzt hier mittig auf, den Streifen, so ungefähr. Dann färben wir diesen ein. Dann gehe ich hier mit meiner Walze drüber, in der Hoffnung, dass auch jede Ecke erwischt ist, erwischt wird. Mal vorsichtig abheben. Da oben fehlt noch ein bisschen was. So, jetzt ist halt nur der obere Teil. Das heißt, ich lege mir das jetzt hier rum und lege das so ein, dass ich hier die Kante sehe und wo die Abschlusskante vom Stempel ist. So, schiebe ich es jetzt ein bisschen rein und mache jetzt die andere Seite. So, so schaut es dann aus. So, jetzt präge ich mir das noch. Das heißt, ich lege mir einmal das Papier, ich habe hier den Prägefolderstruktureffekt, lege mir einmal das Papier so ein, weil das passt ja auch wieder nicht von der Länge. Das heißt, ich mache auch hier wieder einen Cut, lege das Papier so ein, dass das hier genau auf der Kante ist, klappe zu, kurbele dann einmal durch und dann drehe ich rum und lege das wieder hier an der Kante an und mache die andere Seite. Dann schaut das auch aus, als hätte man das in einem Stück durchgeprägt, durchgeleiert. So, das können wir jetzt hier auf unser Papier aufkleben. Der ist leer. Und dadurch, dass wir das jetzt bestempelt haben, kommt auch der weiße Rand von dem Papier drunter zum Vorschein. Da hat es dann wieder so einen kleinen Rahmen. So, das können wir jetzt auf unsere Verpackung kleben. Und zwar habe ich das so gemacht, dass dieses Loch da hinten verschwindet. Das macht nichts. Also, das muss auch nicht sichtbar sein, das muss nur benutzbar sein. Das heißt, wenn ich das jetzt aufklebe, das Papier, spare ich hier oben am Kleber aus. Da müsst ihr halt jetzt drauf achten. Da ist immer noch leer. Also, einfach so. Das passt schon. Ne, so. Und dann klebt das hier oben auf die Verpackung mittig auf. Jetzt hätte man vielleicht erst das Band durchziehen müssen. Das können wir ja noch machen. Und zwar, bevor ihr das aufklebt, ist es vielleicht sinnvoller. Ich schräg das hier mal noch ein bisschen an. Bevor ihr das aufklebt, zieht ihr erst das Band durch das eine Loch. Das war jetzt wieder sehr sinnvoll, Stefanie. Aber ihr macht das bestimmt besser. So, und hinten, dann durch das andere Loch. Dass das dann so ausschaut. So, jetzt machen wir die Verzierung. Und zwar möchte ich da ein Etikett haben. Und da habe ich jetzt hier einen Stempel aus einem älteren Stempelset. Ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt. Es war irgendwas mit Watercolor Aquarell. So ein deutsches Grußset von Stampin' Up. Da könnt ihr halt irgendwas nehmen. Könnt ihr Dankeschön nehmen. Ich habe jetzt hier für dich. Ihr könnt auch liebe Grüße nehmen. Was ihr halt da habt, was passt. Sollte halt hier von der Breite her passen ungefähr. Das Stempel ich mir jetzt mit Schwarz auf. So, und dann habe ich aus der bestickte Rechtecke, da habe ich mir hier den kleinsten Rahmen genommen, der aber immer noch zu breit ist. Also der hier, der steht hier über. Ich zeige mal, wie ich das dann kleiner mache. Und zwar habe ich mir das jetzt einmal ausgestanzt. Und wenn man sieht, wenn man das hier drauf macht. Also es würde gehen, aber mir gefällt das nicht, dass das breiter ist wie das Blatt drunter. Das heißt, ich kürze mir das. Und zwar lege ich das einfach hier hinten nochmal so an. Und kurbele das jetzt nochmal durch die Big Shot. So, ich habe das hier einfach hinten abgetrennt. Das heißt, der Stickrahmen in der Mitte bleibt weiterhin erhalten und das Etikett ist einfach nur gekürzt. So kann man sich auch individuelle Etiketten machen. So, das mache ich jetzt mit Abstand-Pads drauf. Und schon schaut das aus wie aus einem Guss. Dann habe ich, passend zur Karte, ist das Stempelset Beautiful Friendship. Und zwar habe ich, wenn ich jetzt so Proben stemple oder so, die hebe ich mir dann immer auf, weil vielleicht brauche ich es irgendwann mal wieder. Ich habe hier so eine Kiste, wo ich immer die ganzen Stanzteile sammle. Und aber eigentlich nie wieder reinschaue. Oder selten, sagen wir mal so. Und gerade wenn ich was suche, dann ist es nicht drin. Und dann habe ich mir hier so eine Tüte reingeklebt. Und da kann ich dann eben, also ich muss dann nicht die Motive manchmal nicht mehr stempeln, weil ich es schon gemacht habe. Und kann mich da einfach schon draus bedienen und einfach zuschneiden oder was, was ich halt brauche. So, wir brauchen da eine Blüte und einmal ein Blatt. Das ist jetzt auch blütenrosa gestempelt. Die in der Mitte, die Stempel der Blüte sind Safran-Gelb. Das knuddel ich mir hier einmal so. Ich mache dann auch ein Abstand-Pad drauf. Und klebe das hier so unten hin. Und die Blätter, da nehme ich ein Clue dort. Und klebe mir das jetzt hier so unten hin. So. So, und jetzt kommt die Schokolade rein. Und zwar einfach, also das Band ist hier so unten hin. Das ist ja hier noch gestrafft, ne? So, die Schokolade hier rein. Und dann reinschieben. Und die Bänder sind jetzt straff. Also die Schokolade guckt hier unten raus. Oben sind die Bänder. Dann nehme ich hier Leinwand. Die Ecken, die hier in dem Leinwand drin sind, die ziehe ich mir mit dem Fingernagel raus. Dann ist das weg. Legen wir das hier drunter unter die beiden Bänder. Und machen wir hier einen Knoten und dann eine Schleife. Also die Bänder. die jetzt hier oben raus gucken die kürze ich mir einmal so und einmal so und fertig ist meine schokoladen auf die verpackung und zwar einfach indem man zieht und durch das band zieht man die schokolade zum vorschein so also die kann unten nicht rausfallen nicht raus rutschen und das ist halt der ganze gegner schiebt das wieder rein man kann das dann wunderbar verschenken passend zu einer karte oder die karte passend zum geschenk je nachdem könnte ich eigentlich noch klitzersteine drauf machen die habe ich hier die champagner klitzersteine so viel zeit muss seine so jetzt passt komplett ich finde das set wunderschön sind auch die farben schön und ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr dazu fragen habt könnt ihr mich könnte mich jederzeit kontaktieren ansonsten wenn es euch gefallen hat freue ich mich natürlich immer über den daumen hoch könnt auch meinen kanal abonnieren so bekommt ihr halt immer sofort bescheid wenn es ein neues video gibt ist alles kostenlos ja und wenn ihr das nach macht und in den medien zeigt also facebook instagram wo auch immer könnt ihr gerne mein hashtag stempelwiese benutzen und dann schaue ich mal rein und like gerne oder kommentiert auch gerne je nachdem genau also viel spaß ich wünsche euch noch einen schönen tag und schönen abend und bis zum nächsten mal abonnen abonnen bei bis zum nächsten mal müssen euch abonnen Untertitelung des ZDF, 2020